Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start am Simpsons Freitag und willkommen zu einer neuen Folge unseres Let's Plays von diesem Spiel, das schon über 10 Jahre alt ist im Jahre 2022. So, in der Zwischenzeit im echten Leben hat sich einiges getan, an der Stadt hat sich nichts verändert, weil ich nicht ohne euch spiele und heute leider mit Kopfschmerzen, aber ich konnte dieses Spiel oder diese Serie heute nicht ausfallen lassen, weil ich es schon wegen Echoes of Mana letzte Woche ausfallen habe lassen, was ich sehr schade finde. Aber deswegen gibt es heute, passend zum Freitag, passend zum Start des Wochenendes, eine weitere Folge von The Simpsons Springfield. Eigentlich wollte ich unbedingt mal die Stadt aufräumen und mal wenigstens den Müll beseitigen und vielleicht schon mal so ein bisschen was bauen, aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich heute wieder sehr viel Story vor uns und wir wollten eigentlich über den Verzicht auf Fleisch reden etc., Auch wenn das Thema sehr emotional aufgeladen ist und immer sehr kontrovers diskutiert wird, werde ich es heute kurz halten. Ich wollte im Voraus so ein paar Statistiken raussuchen oder Studien, wie es aussieht, ob das viel teurer ist, wenn man jetzt vegetarisch oder vegan lebt und wie sich das gesundheitlich auf den Körper auswirkt. Dafür hatte ich keine Zeit, deswegen kann ich dazu nichts sagen, deswegen werde ich das Thema kurz halten, aber ich kann euch jetzt schon mal die Frage des Tages für diese Woche oder für nächste Woche mitteilen. Und diese Frage des Tages ist ziemlich einfach und ich freue mich auf sehr viele Kommentare, also gerne in den Kommentaren beantworten. Die Frage des Tages lautet, welche sind deine Top 5 Lieblingsserien? Also nicht Filme, sondern Top 5 Lieblingsserien. Gerne in der richtigen Reihenfolge oder wenn du dich nicht zwischen Rang 1, 2, 3, 4 und 5 entscheiden kannst, einfach 5 Serien aufgelistet. Und dann werde ich dir alle vorlesen und sagen, ob ich die Serien kenne und ich werde auch meine Top 5 mitteilen. Okay, so, weiter zu Simpsons. Wir bauen erstmal Krusty Burger. Wir bekommen jetzt Krusty, der nicht eine Aufgabe hat, aber Lisa hat wahrscheinlich eine Aufgabe für ihn. Dann kriegen wir hier das Lila Haus und dafür hat Homer eine Aufgabe. Okay, dann schließen wir die Aufgabe von Cletus ab und Tingle Tangle Bob ist wieder durch die Stadt. Oh Gott. Durch die Explosion sind alle Flüsse und Seen von Springfield verschwunden. Wir sollten neu hinzufügen, wo immer wir wollen. Okay, wir lernen jetzt Flüsse zu legen oder zu bauen. Wow, das macht Spaß. Ach nein, ich wollte sagen, wow, eine Menge Arbeit. Überhaupt nicht. Wir können sie genau wie Straßen platzieren. Ich muss Tingle Tangle Bob fangen. So, no. Wo ist er? Seht ihr ihn? Die Stadt müsste eigentlich klein genug sein, um ihn direkt zu erkennen, aber okay, da ist er wieder. Manchmal verschwindet er einfach. Okay, wir können einen Fluss platzieren und ich denke, in dieser Stadt werden wir vermutlich einige Flüsse platzieren. Das ist mega hässlich und ergibt überhaupt keinen Sinn, aber das wird alles noch kommen. So, hier hinten haben wir was abgeschlossen und jetzt haben wir erstmal zwei neue Aufgaben. Bevor ich ganz kurz über die Woche spreche, kommen wir ganz kurz mal runter. Ich hoffe, ihr hattet eine nicht zu stressige Woche und könnt jetzt am Wochenende ein wenig entspannen. Ich hatte sogar am Donnerstag frei, also heute, wenn ich das Video aufnehme. Gestern, wenn ihr das Video am Freitag seht, hatte ich frei wegen eines Arzttermins und es tat so gut mal endlich wieder auszuschlafen und ich war trotzdem müde. Also, da merke ich, dass ich einiges an Schlafen nachzuholen habe, aber es war schön, dass es mal ein etwas ruhigerer und nicht so stressiger Tag war, obwohl ich den ganzen Tag unterwegs war und in der Stadt war. Aber das war auch nochmal schön nach der langen Zeit. Keine leichte Aufgabe, in ein paar Stunden ein Haus zu bauen, ohne Werkzeug, ohne Wissen und fast ohne Motivation. Ich sollte für 10 Minuten ein Nickerchen machen. Okay, mir hat einer gesagt, ich soll Homer übrigens antippen. Das weiß ich. Ich habe bei diesem Account gar nicht daran gedacht. Ich tippe den jetzt dreimal oder so an, das kitzelt den und dann kriegt man Donuts, wenn ich mich richtig erinnere. Das war zwar kein besonders guter Limerick, achso, das war dieses lustige Gedicht, aber zumindest gab es keine Massenpanik. Homie hat sein Bestes gegeben. Das sollte mehr als genug sein. Jaja, irgendwie hat Homer immer mehr Glück als Verstand. Aber in Religionsfragen solltest du doch wirklich auf einen gottesfürchtigen Mann vertrauen. Gottesfürchtigerin? Also Ned Flanders? Hey Himmelsfinger, ich habe dir ein Gedicht geschrieben. So etwas habe ich nicht einmal für Marge getan. Oh, ich fühle mich geschmeichelt. Komm schon, ich dachte, wir wären Kumpels. Ja, sind wir auch, Homer. Ich mag deine Tochter, aber sehr gerne. Ja, das geht in die falsche Richtung. Du kannst uns doch jetzt nicht den Handrücken kehren. Ne, nutze das Himmelsfinger-Denkmal. Okay, ich tippe mal drauf. Bam. Juhu, ich wusste es. Der Himmelsfinger ist unser wahrer Erlöser. Aber ich habe jahrelang unseren Herrn um ein Wunder angefleht und Homer kriegt eins für einen stümperhaften Limerick? Kommen Sie nett, ich habe da eine Flasche Messwein, die ich extra für solche Glaubenskrisen aufbewahre. Gepriesen seist du, Himmelsfinger. An deinem Altar werde ich dein Loblied singen. Wann immer mir der Sinn danach steht. Also nie. Ist auch gut so, du musst mir ein Lied singen. Und dabei Nachos essen. Du kannst mir lieber Nachos abgeben. Okay, die Aufgabe haben wir erfüllt. Dann hat aktuell nur Lisa eine Aufgabe. Tingle, Tangle, Bob, müssen wir noch einmal verhaften. Zählen will gelernt sein. Hier unten haben wir noch die Apo-Aufgabe. Und das ist das noch von dem alten Event. Okay, gucken wir uns erstmal Lisa an. Und hier müssen wir das blaue Haus errichten. Okay, dann bauen wir mal das blaue Haus. Wir müssten nochmal demnächst Land kaufen. Und ich wollte irgendwas erzählen. Achso, ich habe heute was Leckeres gegessen. Das passt gleich zum Thema Fleisch. Also, ich habe bei Frittenberg gegessen. Mega lecker. Mega lecker war ich schon mehrfach. Damals zum ersten Mal in Düsseldorf. Nachdem mir meine Arbeitskollegin davon vorgeschwärmt hat, sind wir dann da hingegangen. Ja, war mega nice und super lecker. Und um das Thema mal ganz kurz anzusprechen. Wir können, ich überlege, ob wir hier wenigstens so ein bisschen Fluss reinpacken können. Aber das sieht aktuell einfach so hässlich aus. Da steht nur ein L jetzt. Nee, besser gar kein Fluss. Erstmal machen wir später, wenn wir ein bisschen mehr Platz in dieser Stadt haben. Wobei, ein bisschen Wasser will ich haben. Also, ich könnte mir gut vorstellen, auf Fleisch komplett zu verzichten. Ich versuche aktuell schon so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Wenn man sich dazu Studien anguckt, ist es... Ich habe leider keine Fakten an dieser Stelle aktuell zur Hand. Es ist möglich, da, wenn man komplett vegan lebt, auch, naja, den Körper... Also, man leidet nicht darunter. Man kann sich trotzdem weiterhin gesund ernähren. Und man kann durch... Also, es gibt genug Möglichkeiten, dass man die Nährstoffe und Vitamine auf andere Weise aufnimmt, die man sonst mal im Fleisch bekommt. Das wollte ich nur sagen. Ich habe nur keine Studie zur Hand, was ich eigentlich heute rausholen sollte. Und das ist auch nicht unbedingt deutlich teurer, etc. Aber es ist, wie gesagt, eine Glaubenssache. Ich akzeptiere alles. Also, ob Leute jetzt Fleisch essen oder nicht. Also, ich esse ja selbst Fleisch. Ich versuche halt, den Fleischkonsum zu verringern. Und es gibt zum Beispiel bei Hans im Glück Burger, also vegetarische Burger, die sind mega lecker. Also, und ich habe jetzt auch sehr viele Veggie-Produkte schon probiert. Also, auch, äh, was waren das? Beispielsweise Schnitzel und Nuggets und so. Und schmecken richtig gut. Also, natürlich nicht eins zu eins. Aber das muss es ja auch nicht unbedingt. Also, wenn ich was anderes finde, das jetzt auch sehr gut schmeckt, muss das ja nicht unbedingt wie Fleisch schmecken. Dann ist das ja nicht automatisch schlecht. Aber es ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, mein Kopf ist dazu heute nicht in der Lage, darüber zu reden. Blöde, blöde Kopfschmerzen. Okay, so. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit noch übrig. und können jetzt die Stadt ein bisschen hübscher machen. Wir verteilen erst mal die Jobs. So, achso, wir müssen erst mal Homer antippen, um ihn zu kitzeln. So, muss erst mal klappen. Dass wir ihn auch wirklich treffen. Scheint irgendwie nicht zu klappen. Weird. Ich dachte, es war, dass man Homer so mehrfach antippt. Und dann klappt das. Die sind halt die ganze Zeit auf einer Straße. Und ich berühre auch zwischendurch die Falschen. Aber... Ah, ich muss, während ich in der Aufgabe bin, ihn anklicken. Okay. Während ich in der... Also, in der... In dem Tab bin. Ich muss das nicht schließen. Und dann muss ich ihn die ganze Zeit antippen. Okay. Wollte schon sagen, so. What? Du hast gerade den supergeilen Bonus gefunden. 10 Donuts und Jebediah. Springfield, Statue. Okay. Nice. Okay. Das war gerade so krass, dieser Anblick. Mein Inventar ist leer. Also, wenn ihr mein Inventar auf meinem Heart Account kennt, wisst ihr, was voll bedeutet. Okay. So, Homer wird jetzt zu einem Powernap geschickt. Der hatte eine 6-Sekunden-Aufgabe. Shit. Okay. Dann haben wir hier Apu. Der macht eine 8-Stunden-Schicht. Und Lisa... Achso, Lisa muss nichts machen. Dann können wir... Lisa eigentlich... Nee, hier brauchen wir auch Homer für. Homer brauchen wir für alles. Okay. Dann lassen wir Lisa erstmal so hier. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas Sinnvolles kaufen können. Aktuell noch nicht. Also, hier haben wir nur diese Donuts an. Wir haben eh kaum Donuts. 110. Die will ich mir erstmal aufheben, bis wir irgendwas Cooles bekommen. Von den normalen Sachen können wir aktuell halt nur noch ein blaues und violettes und braunes Haus kaufen. Die sind nicht wirklich mega hübsch. Also, ja, das violette und blaue Haus ist schon hübscher als das braune. Braune ist nicht so nice. Ich würde sagen, wir werden erstmal ein bisschen Land kaufen. Und ich denke, wir bauen uns erstmal hier was in Richtung Strand. Also, auf jeden... Ob ich Donuts ausgeben? Ich hab... Ich hab... Oh... My... Lord... No... Way... Okay. Deswegen sollte man in die Optionen reingehen und die Donut-Ausgaben-Bestätigung auf einhaben. Jetzt weiß ich, wie die Folge heißt. Ein großer Fehler. Und wir haben gar kein Geld mehr. Ich wollte schon sagen, wir müssen mal gucken, wie viel Geld wir überhaupt haben, weil wir noch nicht so viel Land kaufen können. Und dann habe ich fast alle unsere Donuts ausgegeben. Und die haben wir ja wirklich... Wirklich wenig Fehler. Spiel, wieso bist du so gemein zu mir? Ich hab Kopfschmerzen. Kannst du nicht wenigstens mich vor sowas behüten, dass ich keine Donuts ausgebe für Geld? Geld, was ich auf meinem Hauptaccount in Massen habe. Gott. Naja. Ich hoffe, ihr lernt aus meinem Fehler. Damit euch das nie im Leben passiert. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich heule jetzt hier nicht rum. Ist ja nur so ein Fun-Account. Und ich kann nicht mal das starten, weil das zu teuer ist. Das kostet 15. Aber es ist merkwürdig, arm zu sein. Dafür kriegen wir einen Donut zurück. Lisa, danke. Spiel, danke. Du hast Mitleid mit mir und hast mir einen Donut geschenkt. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Naja. Tja. Also die 8 Stunden Aufgabe. Also diese 8 Stunden Silberzunge kostet zu viel. Oder? Kostet die 55. Nee, die kostet 55. Okay, die können wir uns leisten. Hab auf die Geldbelohnung geschaut. Jetzt bin ich komplett durch den Wind wegen unserer Donut-Ausgabe. Aber wir haben jetzt den Schutz drin. Jetzt kann uns das nicht mehr passieren. God damn. War das peinlich. Ich hoffe, wie gesagt, dass eure Woche schön war. Und ihr jetzt am Wochenende ein wenig entspannen könnt. Und ich hab am 4. Mai, also am Mittwoch, gestern für mich, am Star Wars Tag natürlich passend zu Star Wars noch mal Star Wars geschaut. Abgesehen davon hab ich davor die Wochen auch irgendwie gefühlt, ja, jeden Tag Star Wars geschaut, weil ich so einen Star Wars Marathon mache von allen Serien. Von Anfang an bis zum Ende. Und ich habe am 4. Mai, also gestern, also am Mittwoch, Episode 4 noch mal geschaut. Mir fehlen jetzt noch 10 Minuten. Und die gönne ich mir dann heute Abend, wenn mein Kopf denn mitspielt. Aber ich glaube, die 10 Minuten werde ich noch schaffen. So, wir haben es jetzt erstmal sauber in der Stadt. Und wir haben ein bisschen Land. Ich werde bauen, sobald ich hier das noch habe. Und dann können wir schon mal ein bisschen was platzieren. Viel bauen können wir noch nicht, weil ich zu wenig Geld habe, um überhaupt Deko zu kaufen. Wie toll war das Land? 1.900? God damn. Ne, warte, das ist 19.000. Okay. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn, dass wir uns das nicht leisten konnten. Das ist 19.000. Das ist ein Witz für meinen Hauptaccount. Aber hier ist das schon heftig. God, wie peinlich. Okay, zum Schluss des Videos gehen wir jetzt noch ganz kurz in die Übersicht aller Freunde. Und dann nehme ich die Leute hier noch an. Die sehen sich dann ganz kurz im Video. Viele Grüße an alle. Ihr könnt mich sehr gerne adden. Und wenn ihr Freunde sucht, dann schreibt euren Namen. Gerne in die Kommentare. Da habe ich nichts gegen. Also gerne mal in die Kommentare schreiben und mich adden. Und nicht fragen, dass ich euch adden soll, sondern einfach mich adden. Das ist am einfachsten. So, und ich heiße X7 Live. Genau wie auf Twitch. So. Und live mit V, nicht mit F. So, ich hoffe, euch geht's gut. Das soll es mit dem heutigen Simpsons Video gewesen sein. Wir haben jetzt nur eine Aufgabe zum Abschluss. Was auch immer jetzt Homer uns sagen will, das finden wir jetzt heraus. Meine Güte, war das dumm mit diesen Donuts. Ah, ich könnte mich ärgern. Aber nee, das lasse ich nicht zu. Mein Kopf ärgert mich schon zu sehr. Oh, Krusty Burger. War eigentlich ein Wunder, dass er nichts dazu gesagt hat. Also irgendwie ist das ein bisschen verbuggt. Deswegen kommen immer wieder Aufgaben neu dazu, wenn ich aus dem Spiel fliege. Oder wenn ich mal aus der Stadt gehe und wieder reinkomme. I don't know. Das ist das Restaurant, wo sie Krusty Burger verkaufen. Ach. Ist eigentlich weird, dass es bei McDonalds keinen McDonalds Burger gibt, oder? Also Krusty Burger bei Simpsons und Krabben Burger in der großen Krabbe. Und bei McDonalds gibt es nur einen Hamburger und keinen McDonalds Burger. Also es gibt ein McMenü, etc. Aber es müsste doch einen McDonalds Burger geben, oder? I don't know. Das soll man bei Krusty Burger essen gehen. Achso. Das soll man bei Krusty Burger essen gehen. Okay. So. Okay, aber er ist sowieso beschäftigt. Lisa hat aber noch eine Aufgabe. Wir sollen einen Baum und einen Strauch platzieren. Ich habe kein Geld, Lisa. Ich kann mir nichts leisten. Doch diesen normalen Baum kann ich mir leisten. Einen. So. Einen Baum können wir uns kaufen. Können wir uns auch einen Strauch kaufen. 70. Ja, so gerade. So gerade können wir einen Strauch platzieren. Lisa, ich wollte dich glücklich machen. Ich hoffe, ich habe es damit geschafft. Mehr Geld habe ich heute leider nicht. I'm sorry. Wir schicken die Leute jetzt mal auf 24-Stunden-Aufgaben. Und wartet. Die können wir gar nicht geben. Können wir hier 16 Stunden geben. Können wir auch nicht geben. Hier sind die Aufgaben nicht ausgegraut. Das ist irgendwie dämlich. So. Bowlen kann er auch nicht. Deswegen machen wir mal 8-Stunden-Aufgabe. Hier 24-Stunden-Aufgabe. Ihm. 12-Stunden-Aufgabe. Und alle sind erstmal verteilt. Dann können wir warten, bis wir ein bisschen Geld bekommen. Und dann werden wir die Stadt demnächst mal umbauen. Äh, ja. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Und vielleicht hat der ein oder andere ja gelacht, als ich die Donuts ausgegeben habe. War ein kleiner Schock für mich. Ich dachte, ah nee, ist ja nichts passiert. Und dann, oh. Ging zu schnell. Deswegen den Schutz reinmachen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne nächste Woche. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.